moin aus berlin und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute geht es um extrem stylische husenträger nein natürlich nicht es geht um ein unboxing ich habe ein paket bekommen warum habe ich das paket bekommen weil ich das paket bestellt haben und zwar ein großes paket wir machen es mal auf dieser seite ist es komischerweise schon da hat der fahrer wahrscheinlich ein handy drin vermutet das war mal gucken in eurem beisein ob das drin ist was ich haben wollte und zwar wollte ein produkt test machen für diesen produkt ist mein wasserkocher ich habe festgestellt dass dieser wasserkocher extrem scheiße aussieht im laufe der jahre hat so locker 30 jahre auf dem buckel und den wollte ich euch nicht zumuten deswegen habe ich mir einen neuen wasserkocher gekauft und hier ist das gute stück von russell hops also ich finde dieses design ganz cool katze mag den karton der verpackung und wir wollen mal schauen was da so drin ist sollte vielleicht das nächste mal vor den kreppel so es ist natürlich eine bedienungsanleitung die man runter werfen kann also man braucht sie nicht wirklich würde ich mal brauchen doch da ist ein kalkfilter drin russell hops irgendwie garantie scheinen es ist okay das ist kunststoff es ist die heizplatte drin mit dem kabel was man unten prima runter wickeln kann kunststoff das ist halt die frage wie lange das so schön bleibt gut ich stelle das hier mal hinter kann kann man das sehen und dann ist eine lampe runter gefahren mein gott ihr seid zeugen das lampenöl da ist lampenöl war alter egal was hier jetzt drin gewesen also das warum den stecker wahrscheinlich gut gucken wir weiter dann haben wir hier den auch hier unten ist noch mal eine styroporeinlage drin das schmeißen wir da rein alter die pfoten stinken nach öl das ist war ich glaube ich habe den doch da jetzt reingedrückt wieder raus so plastik 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 ja der hat so eine geile fahre ich stelle das unter warum muss man das alles in plastik ein entwickeln das ich werde hier natürlich auch mit euch testen denn er soll und kochen extrem leise sein soll das noch mal ab hier vor allem haben wir dann unseren ersten test vorgang durch und dann kann ich mit euch nämlich demnächst den produkt test machen so 60 jahre 60 jahren gibt zuerst und haupt schon das ding kannst du für das könnte von dort nicht sehen das kann man auch für zwei oder drei tassen verwenden wie so ein teekessel mit gaspedalen sogar ach so das muss gucken wofür das gaspedal ist 5 switch das ist ein schalter aber wahrscheinlich nur weil den kannst du nicht nach links und rechts schieben nur für den gebrauch im haushalt ja wo sonst kochen mit unzureichender wassermenge pflege und instandhaltung ok gibt es sollte irgendwo ein kalkfilter haben aber rapid boil quiet boil das machen wir auch mal ab hier diesen auftritt also ich mag den von der farbe her ist der extrem nice deswegen edelstahl lackiert ist also kein plastik oder auch kunststoff ich würde sagen ich mache das ding mal voll so so Dann nehmen wir das Ding mal, das mache ich mal weiter raus. Da habe ich da eine Steckdose. Da hängt die Quasselbüchse dran. So, hier haben wir ein schönes Kabel. Das werde ich jetzt mal in irgendwo ein freies Loch packen. Entschuldigung, ich habe am Ständer gewackelt. Das Ding soll ja auch noch energiesparend sein. Das kommt ja noch dazu. Cool. Auf dieser Seite, was man mal sehen kann, hat er dann seine Kontrollleuchte. Da ist sie. Hier ist ein Sieb drin, Freunde. Da ist tatsächlich ein Sieb drin. Wofür? Während er kocht, er hat kurz gezischt. Dann werde ich mal eben schauen, wofür dieses Sieb ist. Kontrollleuchte, Schnellkochmarkierung. Also er ist schon recht leise. Befüllen Sie das Gerät und lassen Sie das Wasser aufkochen. Gießen Sie es aus und spülen Sie das Gerät anschließend aus. Wiederholen Sie das Ganze zweimal und bei der Herstellung entstandenen Staub. Staub wäre das geringste Übel. Den Sockel auf eine feste Ebene Fläche stellen. Den Stecker des Sockels in die Steckdose stecken. Den Wasserkocher auf den Sockel setzen. Nein. Also dieser Schalter, wie gesagt, das ist so ein Taster irgendwie, keine Ahnung. Das Gerät regelmäßig entkalkt. Ich denke, der hat einen Kalkfilter. Ist aber auch egal, auch die Welt nicht. Nimmst einen Brita-Wasserfilter und dann hast du den Kalk draußen. 3.000 Minuten später. Und der ist echt Flux. Der ist so cool von der Farbe her. Mein Mixer ist auch einfach so in dem Rot. Kann man natürlich durch diesen Auspuff schön ausgießen, nicht? Das kocht schon. Bin mir bei diesem Filter nicht ganz sicher, ob der da rein muss oder nicht. Und vor allen Dingen, wie lange der überlebt. Der ist echt leise. Okay. Einen Link zu dem Produkt, wenn ihr den haben wollt, lasse ich euch unten da. 39,99 bei Amazon. Ich habe ihn nicht geschenkt bekommen. Nein, ich musste mir den selber kaufen. Aber ich wollte das natürlich nicht vorenthalten. Und das nächste, was wir machen, ist dann, ja, ein Produkttest. Das haben wir jetzt hier nicht. Meine Katze möchte gerne auf den Schoß. Ich möchte aber jetzt die Katze nicht auf dem Schoß haben. Denn ich beende das Video an dieser Stelle. Und du hör auf zu beißen. Bist du doof oder was? Ich sitze unter dem Tisch und beißt. Mächtig, spinnt. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, ich werde das Video jetzt beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. YouTube ist es egal. Die tracken nur den, ja, die Aktion. So, irgendwie bin ich heute durch den Wind. Ansonsten lasst ein Abo da. Drückt die Glocke dann an der Fahrt, wenn es was Neues gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und da kommt er ganz bestimmt auch wieder zum Einsatz. Ansonsten morgens um 5 Euro Truck Simulator. Und ich denke mal ab sofort auch wieder mit. Und bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.